Die Reiselustige, ne? Die Reiselustige. Dann fangen wir mit der Michaela aus Essen an, ne? So, da gibt der Grünpfiff hin, ne? So, ja. Gibt der Grünpfiff da hin, so Michaela, so. Ja, so, guck mal in die Kamera. Ja, guck mal mit an und dann hau ab. So, und dann geht da noch einer hin, ne? So, den muss ich aber erst suchen, ne? Ja, den muss ich aber erst suchen. Den geht hier hin, ne? So, so. So, siehst du auch so aus. Aber du bist da saugen, bist du, ne? Komm mal her. Ja. Ich geh jetzt auch nach Essen, ne? So. Du weißt zwar zu Michaela, aber da wirst du dann weitergereist, ne? Alles gut, ja? Siehst du das? Ja, ne? Hm, komm mal her. Na. Ich geh da, komm mal her, nicht auch mal ab. Komm her. Ja, komm her. Hier bei denen, ne? Hallo. Was ist los? Hm? So. Was ist hier los, ha? So. Gönnchen, komm her. Du bist das ja. Komm her. So, hallo. Was soll das? So. Du sollst mal ganz zusammen auf der Hand haben, ne? Aber das hat nicht geklappt, ne? So. Ha? Das soll wohl nicht klappen, ne? So. Hm? So. Euch beiden zusammen zu zeigen, ne? So, ihr geht nach Essen, ne? So, ihr seid die ersten beiden, ne? Alles gut? Ja? Alles ist gut, ne? So. Immer die Nächsten sind. Ne? Wer die Nächsten sind. Was ist die? Die Gritli aus Berlin, ne? Die Gritli aus Berlin. Lika, bist du dran? Komm mal her. So, und auch erst mal wieder ab, ja? So. Hm? Komm mal her. Gritli vorwärts. So. So. Dann ist der Gritli vorwärts in Berlin, ne? So. Das bist du, ne? Alles auch schön mit dir. Ja? Ha? Willst du ein Berliner werden? So. Willst du ein Berliner werden? Dann ist der letzte noch für die Ute, ne? Aus Rosenblau. Die Ute. Die Angst hatte, dass der Vogel keinen Schwanz hat, ne? Wißt du das? Nein, gibt es das nicht. Wo ist das nicht, ne? Bist du das? Hm? So. Komm mal her. Aua. Du bist das auch nicht. Wo ist denn der Blaue ohne Schwanz, ne? Bist du der Blaue ohne Schwanz? Komm mal her. So. Hm? Bist du der Blaue ohne Schwanz? Ja, ne? Ja, ne? Ali, ne? Ali bist du das auch nicht, ne? Ja? Hm? Irgendwo muss doch einer sein mit einem blauen Ring, ne? Hm? Komm mal her. Wo hat er die versteckt? Das wird nicht mehr. Hm? Wo hat er die versteckt? Hm? Hm? Da haben wir die verkauft, ne? Hm? Hm? Da bist du, ne? Du bist der Vogel, ne? Komm her. Hallo. Hier. Du bist das, ne? So, äh, äh, wie gehst du denn dahinter? Komm her. Ja, ist abhauen. Ne? So. Du gehst so, hallo, was soll das denn? Hm? Alter, Spinner du, hm? So, hm? Was ist mit dir? Du gehst so, Ute, ne? Hm? Das war's dann auch schon wieder, ne? So, komm mal her. Das war's dann auch schon wieder. Hallo. Was soll das? Hm? Was ist denn los mit dir? Hm? So. Was ist denn los mit dir? Hm? Dass du da oben hinten dran dauerst, ne? So. Komm mal her. Hm? Alter, Spinner, ne? Komm wieder. Komm wieder da oben, hm? So. Hallo. 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 Was ist los mit dir? Du? Alter, rückfahrt. Komm her. Komm her. Alles ist gut, ne? Komm, morgen machst du mich hin, so. Heute Morgen machst du mich hin, so. So, ne? Das sieht nicht so aus, ne? Das sieht nicht so aus, dass du den Mattenlögen gehst. Das sieht nicht so aus, ne? Das sieht nicht so aus, ne? Ja? Hallo. So, du sagst Tschüss, dann ist gut, ne? Dann haben wir den reichlustigen Film beendet. Ja? Ja? Okay. Das steht nicht so aus. Dann gib dir den reichlustigen Film beendet. Die kurzen jetzt. DannThey Collagen und Mädchen. Dann sage ich wieder die Kurase Lauf mit dir. Dann d �